Wenn ich mit dem anderen spiele, Alter. Ja, weil wir so gut sind. Wir nehmen ja die Hälfte ab. Glaub mir, Sascha, glaub mir, Alter, wenn du die Gegner gehst, die wir manchmal haben. Oh, Alter. Will ich gar nicht, deswegen bleib ich schön bei den Hunden. Ich bin kein so ein Schwitzer. Socken einfach taktischer. Ich hab einmal ein Jahr mitgespielt auf Diamond-Niveau. Ey, das willst du nicht. Äh, nee, sperren, ne? Nee, will ich wirklich nicht. Da war ich im Trupp drin, die haben mir gleich gesagt, hier, ey, weißt du, was meine Aufgabe war? Ich kann jetzt noch labern, ist mir noch aussuchen, ne? Da haben die gesagt, äh, Thomas, deine Aufgabe ist, die zwei Windows drei Minuten abäumen. Da hab ich drei Minuten nur die zwei Windows abgeben. Dann waren zwei am Window, die haben sich da reingehangen. Einer hat unten abgeben, ich oben, einer rechts. Und einer hat gedroht. Das ist Diamond, das macht überhaupt keinen Spaß, ne? Du aimst dann nur noch ein Window ab, oder zwei. Junge, das wird mir gar schwer. Ja, das ist genauso, wie wenn du als Pornos noch arbeitest, da wird's halt irgendwann langweilig. Aber, aber, aber damals die Zeit bei Sony, ey, das war geil, das war, glaub ich, vorletzte Season, da, wo ich gesagt hab, Sony, komm, lass mal zocken, ey. Bam, bam, ich bin da so durchgerannt, ne? Für mich war das so leicht. Probier das jetzt hier mal. Ja, mach das jetzt mal, genau. Kann ich versuchen. Versuch mal, du machst jetzt ein Ace. Aber, aber, ich will jetzt kein was, jeder hat seine Spiele, aber gerade das, das hätten wir gewinnen müssen, das eine Match. Ist doch egal, wir haben gewonnen und fertig. Hast du denn, hast du dir das, dieses ganze viele Gequatsche, hast du dir das da auch bei deinen Diamond-Runden, hast du dir das da angewöhnt? Weißt du, wie viel die da quatschen? Die sagen alles. Die sagen jede Info. Jede. Wenn die alle so viel reden, wie du da geredet hast, dann hört man ja gar nichts mehr. Ne, die sagen, jede Info, die sagen, der ist rechts, der ist links, der ist unten, der ist oben, der ist unten, der kommt raus, der kommt jetzt, steht am Fenster, jetzt, jetzt machst du das Fenster auf, so reden die ja. Aber du schaffst auch, aber, äh, das ist nix für uns, ich weiß, dass das nix für uns ist, aber, ähm, im Echt brauchst du diese Info in Diamond, weil die brauchen einen Schuss, die nehmen einen Schuss nur, ne? Egal, jetzt sind wir Verteidiger, äh, wir sind oben, alles klar. Jetzt geht's rund. Der fette Sack kommt immer noch nicht, ne? Ja, Alter, ich hab den angeschrieben, der kommt und kommt nicht. Ja, der guckt uns bestimmt grad zu. Das ist mir doch egal. Achso, ne, das war Labra. Äh, nein, Labra bin ich. Ja, deswegen, wo Punisher gesagt hat, Labra, die fette Sau, der guckt uns bestimmt grad zu. Und danach bist du reingekommen. Was machen wir jetzt? Ich hab die Mitte getroffen. Was? Ich hab die Mitte getroffen. Die Mitte. Hoppse. Wir werden alle erschossen. Wir machen jetzt hier aktiven Grenzschutz. Scheiße, nur noch 10 Sekunden. Komm, 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 lauf, 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 lauf. Go. Sony, lass ich mich auch vorbei. Vorsicht. Ach, Sascha, hier ist mein Port. Egal. Ich schütze. Ich warte ja eigentlich immer nur bis so 2.30 Uhr. Okay, ich hab den Fall hingelegt, hau ab. Und wo kommen die Jungen? Was, 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 was ist die Tiere? Hier ist auch schon einer. Ich weiß gerade was. Hier oben an den Sears. Komm rein. Also hier, Garage, kommt aber noch nichts. Ah, die hat mich an den Sears. Die ist low. Kapkan. Komm hinten an den Sears. Ja, ja, ich bin treffig. Ich probiere es gerade hinzukommen. Bitte ruhig. Okay, Vero, on your right. Die Banas sind im Bad. Oh, fuck. Du musst den abwarten, gell? Markier einen. Nice. Sascha. Sehr gut. Letzte bei mir. So ist durch dran. Nein. Er schießt auf mich. Nice. War das etwa der, der an ich denke? Was wäre an die, wenn du denkst, was? Ich war auf dem Feind drauf. Was soll ich nicht auf dich schießen? Kupfer kann das bestimmt bestätigen. Damit ich nicht auf Zoni geschossen habe. Hoffentlich nicht unter meinen. Nee, ich habe für euch Caps geguckt. Die, ähm, wie heißt sie? Die Sophia, die hat die ganze Zeit mich da gesendet. Und dann kamen zwei, haben mich zwei gepusht. Und dann habe ich ja gesagt, ich wusste nicht, wer war. Habe ich gesagt, Kapkan, pass auf, da kommt zwei. Ich glaube, Zoni war Kapkan gerade. Nein. Zoni war Tachanka. Irgendeiner war Kapkan gerade. Ja. Aber die, die eine war zum Glück slow. Die hatte nur noch, weiß ich nicht, zwei HP oder so. Ist ja auch egal. Nein, jetzt habe ich den, äh, oh, jetzt ist ja keine Mira. Ist ja auch der falsche Raus dafür. Pum. Hey, das letzte Mal hast du mich gekillt, weil ich jetzt so vielmals habe. Du würdest und würdest alles, was zwei Züge und drei Löcher hat. Soll ich mich wieder kill, weil du dazu hast? Eine Drohne habe ich, Jungs. Ja, komm, ich kill nicht mal, du Mongo. Warum? Terror, du bist voll Kacke. Warum? Du bist ein hässlicher Vogel. Keine Böden, oder? Was ist los, hä? Warum? Zweite Drohne habe ich, Jungs. Egal, mal mit meiner Pistole treffst du mich tot. Nach oben. Cam hängt wieder da, wie immer. Mach mal die Tür zu, Terror. Hä? Ey, die Wände müssen zu. Ey, 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 die Tür geht nicht alles zu, man. Da unten ist einer schon, okay. Dann drehe ich auch wieder um. Scheiße, der hat mich schon gesehen. Link schon oben. Ich zumachen. Zumachen, warum nicht? Lass auf hier, lass auf. Oh Mann, Scheiße. I came here. Ah, eine Menge. Der Schäfer war hier bei mir. Hier sind es der Schäfer. Da ist einer, da ist einer. Ja, ich habe mir auch ein Problem hier oben. Und ablenken. Oh, Johnny ist schon unten. Die Drohne hier oben. Interrogation. Oh, ich auch. Sauber. Ihr Schweine. Hier oben, 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 wie slow. Der ist unten. Die Drohne hat ihn geholen. Und zu deiner. Du Dreckschwein. Boah. Du Schwein, hast ihn genommen, Alter, slow. Ich habe Sophia von Hektik gesagt. Ey, Zoni, hast ihn meinen weggeholt, ne? Ah, aber daneben gehalten. Zoni hat sich einen weggeholt. Ah, den nicht hier. Ich habe nur gesehen, ich habe ihn eingeschossen. Und dann kommt auf einmal Zoni hin. Komm gleich. Oder ohne Gummi. Ohne Gummi, du Arschloch. Das geht doch. Du lügst, du trügst und füttelst alles auf den Zeichn. Lager, Lager. Nicht Bushranger, der ist scheiße. Lass bitte Lager gehen. Ja, Lager ist besser. Okay, alles klar. Verstecken. Verstecken. Schieß so, schieß so, denke. Warum steht da ein anderer Name? Zoni einfach mit rumgekommen. Wie viel Szene war das für mich? Hab ich gesehen. Hat er, hat er, hat er gesehen. Ich schieß meine Freunde ab und dann denke ich mir, das Magazin ist nur ein leeres Magazin. Naja. Immer leer machen, ne? Hoffen, dass es reicht. Zum Schluss. Nice. Noch einer. Nice. Oh nein. Hab auch einer. Hier fehlt noch ne Wand. Wo? Da. Hier futzen sie gerne von oben rein oder machen oben auf. Nur falls jemand Ambition hat, oben irgendwas zu machen. Bin gleich wieder da. Oh, Zoni, mach noch mal bitte zu. Warum? Das Schneider hier rein zielt durchs Fenster, bin ich auch weg. Nicht gut. Bum. Bum. Wollt ihr zumachen. Nice. Mach ja immer so ein Ding draußen dran, dann kann man immer gucken, wo die sich rumtreiben, die Arschkeken. Wie misst man Arschkeken mit so einem Geigerzähler, ne? Die Drohnen schon. Ja. Arschkeigerzähler. Glaub ich. Oh, hier ist schon was. Pssst. Ein Kollege ist da. Bug ist in der Küche. Bug ist in der Küche. Bug ist in der Küche. Sind nur noch wir. Kupfer. Okay. Ich bleib safe. Jungs. Ich bin on fire. Ja, ich bleib safe. Ich bleib safe. Spiel das jetzt einfach runter. Der Terror ist auch hier. Nein, oben. Oben auch. Back ist aus Küche raus. Tony, versteck die hier einfach lange. Es sind jetzt beide da in der Kitchen, glaub ich. Hier ist was bei mir? Beide Kitchen. Bei mir, bei mir hier in der Garage. Hier außen. Er ist in der Bringpflicht. Ich geh da nicht raus und piep jetzt. Nein. Garage, sagt der Ding. Genau da ist einer. Ich schaue ihn. Bei mir ist auch einer. Mach es. Mach es. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, Mann. Wir haben Zeit, Mann. So. Schauen wir mal, wenn er kommt. Ok, Back ist einfach anders. Back ist einfach anders. Back ist einfach besser als er. Jeder eine Tür ist fertig. Hahahaha. Geil, durch die Tür rein. Bei mir ist noch einer. Der Koffer ist hier. Bei mir ist der Koffer. War das Back? Nein. Ist bei mir, scheiße. Ist bei mir auch noch. Ich hab ihn angebratzt. Noch mal. Knife-Pink. Hinter dem Ding. Jetzt kommt er vor. Arsch. Da ist der Arsch. Nein, zu weit. Zu weit mehr. Einfach auf Zeit. Immer auf Zeit spielen. Nice Leute. Vitro ist zu weit geflogen. Äh. War doch gut. Wird das hier ein? Du lügst und betrügst und függelst alles, was zwei Titten und drei Löcher hat. Eino? Kupfer, so mit dem Ace hat nicht so geklappt. Ne. Ne, ich hab jetzt auch, ähm, extrem sicher mit Terror gespielt, glaube ich. Ja. Der hat den einen Raum gehabt und ich den anderen. Bin mit Kelf draußen rumgerannt. Musst du aber auch, weil du, du bist auch nur am Puschen, ne? Ja, ich? Ja, aber ich push auch gerne. Ich kenne dein Gefühl. Ich kenne dein Gefühl. Also, das Problem ist, wenn das zu viele machen, nachher sind drei weg und dann ist das zu leicht am Angreifen. Das ist aber mein Text. Ja, aber was machst du mit Kelf? Mit Kelf kannst du nicht im Raum hocken? Ja, ich versteh dich. Ich push auch gerne. Ja, klar. Guck mal, ich hab dich auch jetzt verstanden. Ich bin einfach Inside geblieben mit Terror. Mal reicht's, wenn du beim Puschen einen hast, ja? Und dann zurück zum Spot. Das bringt's nicht, wenn alle down sind. Am Ende einer alleine da hat, die Runde reißen soll. Das geht nicht. Wenn irgendjemand sagt, damit er, damit er pushen will und ich soll irgendwas nehmen zum drinnen bleiben, dann nehme ich das auch mir. Ich hol mir immer was zu trinken, Jungs. Tachanka muss dann mal Tachanka spielen. Ne, Tachanka spielt er nicht. Du hast doch gerade gesagt. Ich nehme alles außer Tachanka. Äh, wo sind sie? Ist das Disco oder ist das... Ne, das ist nicht Disco. Disco, Pogo, Klingelingeling. Nein, nein. Nein, nein. Das ist Ding hier. Kickertisch. Kickertisch. Spielzimmer. Frage, wie gehen wir vor, wo wollen wir blenden? Gute Frage, nächste Frage. Am besten gehen wir rein und blenden im einen Raum. Ne, das ist die Waschmaschine. Der Waschmaschine. Der Waschmaschine. Links ist der Scheiß. Der Ofen hat mich weggefallen. Leider war noch in der Dusche. Der Lapran steht genau vor ihm. Zurück. Das ist ein Major. Versuche kein Schlaf. Der Der Oswalds, macht es im Полigen Rolfs. Um mal rein und durch. mund figur 60 001700z ich hab übel angst vor dem blick der war mir hier unten keine angst china stehen der camion einer ist die treppe und blabber er kommt von der treppe von der ja wo du hoch bist gerade um die ecke jetzt oben ja danke wir sind bei a kommst du mir genau das kommt nach mir Die ist da drinnen! Die ist da drinnen! Die ist genau nach vorne! Die ist drinnen! Rote Magnus! Da! Da! Nein! Junge, ist die hat 10 HP! Dumme Fahrze... Die war eben hier links. Der ist auch was... Was ist denn das für ein Traktor? So ganz hinten sehe ich gerade nichts Ja die kommt über die Treppe hier angelatscht durchs Waschhaus kommt sie durchs Waschhaus Leg dich hin Ja genau so Jetzt ruhig Tony Ja 3 mal richtig gut gemacht Ja Baby Die erste war die Mira Blabra bei dir Gleise hat man gehört wie sie vorgelaufen ist War so klar dass die alte Pieck Komm war gut Wer da? Äh du 4-0 alter Ich schwitze Ich schwitze Ich kriege jetzt endlich mal nach 800 Match ein Alphapack alter Natürlich nicht Hast recht Jawohl Silber 2 Silber 2 Silber 2 Ich nehme deine auch Jungs ne Ach komm einfach näher zu Gold Ja Ich kriege einen Alphapack Äh Sony so langsam bis sie so bald bis der Terror wieder seinen normalen Account nehmen kann denke ich mal Ja Ich könnte den sogar wieder nehmen Heute oder morgen Aber wenn wir jetzt noch eine gewinnen dann probier's nochmal Warte mal ich will mal irgendwas gucken Du lügst und betrügst und vödelst alles was zwei Zitten und drei Löcher hat Ich spiele habe ich gespielt Und 6-4 verloren Hä? 1 verloren aber siegesehre 83% und Da labra vergisst immer sein walkie talkie den Knopf zu drücken Und wir sprechen Terror Ich gebe deine Augen ausgleichung Jo Sony Selber schwul Sony Hab ich schon Terror Selber schwul Ja? Was ist deine Frau wenn nicht eine 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 Erlebnis erhaltende Maßnahme für eine Fotze Das war die Brenner Hä? Irgendwas fängt an zu rorchen Ja 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 wieviel rings brauchst du noch? Ich bin fertig ich hab schon ein Ding Hab schon Hier doch Bronze Zwei Ich hab 12 gewor... Von und selbst verloren Er hat geentert Er hat geentert Keine Ahnung ich will wissen wieviel Matches du noch Junge kann das sein Terror hört mir einfach nicht zu Ne das bricht immer ab bei dir so ganz so Ne das bricht immer ab bei dir so ganz so Und dann fehlt der halbe Satz fehlt immer am Ende Wo bei mir? Bei mir? Nein Nein bei mir aber nicht Sascha fehlt immer der halbe Satz irgendwie Ich weiß doch nicht ob es am TS liegt Ach keine Ahnung Terror? Ja? Wieviel Ranks brauchst du noch? Ja zum zehnten Mal Ja wenn ich's nicht höre Trotzdem zum zehnten Mal Wie viel hast du gewonnen? Keine Ahnung Weiß ich nicht Das sieht man ja auch warte mal Fünf Fünf und Eine Niederlage Also gleich wie Kupfer Labradidoodle Siegesrate 83% Labradidoodle Labradidoodle Also ich hab 18 Matches Null Abbrüche 70% Siegesrate Sechs Niederlagen Und zwölf gewonnen Aber Ey richtig geil Die beiden haben sich Bestimmt gedacht ey Was ein Cheater Ich hab doch die ganze Zeit dahin geämmt Zum äh Doppelbett Hab Mira weggemacht Und dann sagte der Terror Pass auf die kommt die Stairs hoch ne? Und dann läuft die doch so bei mir lang Und ich messer die noch Das geht's nicht Das war auf jeden Fall Hä? Das war auf jeden Fall Die haben sich auf jeden Fall beide gedacht Alter der cheatet Du bist ja an der selben Posi geblieben Hätte ich nicht wissen können dass du dort bist Nur jetzt gerade da Da war ich mir unsicher wo die äh Der letzte war weißt du Weil ich war ja in den Raum schon drin Und Ich war ja wieder raus Der wo vorher drin war Das war so heftig Du hast immer nur die grüne Mütze an der Ecke So hin und her schnippen sehen Ja und deswegen hab ich mir gedacht Ach komm ne ne Entschärfer geh im anderen Raum Leg Und dann muss sie ja kommen ne? Genau so ne? Komm Zuni start Äh warte mal Ich hab den Punish geschrieben Vielleicht ist der zuhause Tja du kannst hier nicht Befehle geben Ich bin der König Dann gib mal Gas jetzt Warte mal eine Sekunde Warte mal eine Sekunde Ich hab kein Hund ich kann nicht Gazi gehen Komm Möchte ich Ich hab gesagt Von Du hast hier die ganzen Ecken Was bist du denn Äh für ein Ding Äh Zwei Ich bin Zweiter Und ich bin Zwei Zwei Ey das kann aber nicht Das ist so unfair Alter du hast 5 gewonnen sagst du ne? 5,5 Ich hab letzten 7 gewonnen ne? 2,5 2,5 Letzte Season hab ich 7 Stück Gewonnen nur ne? Mhm Also 2 mehr als der Sony Und wurde Platin eingerankt Das ist doch unfair Wie unfair Wie unfair mal Hallo Disconnect Das ist bei mir Ich hab Gerankt Da Da entstanden gerade Terro oder was sagst du? Was? Der Sony hat 5 gewonnen ne? Wir haben 4 eingestuft ne? Am Arsch damit Ich hab letztens ähm 7 gewonnen Also 2 nur mehr gewonnen als er ne? Und wurde Platin eingerankt Das hat doch gestern schon alles Oder vorgestern Yo Und VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV starten ja starten neu und dann also ich finde das wenn das schon irgendeine mega formel wie das richtige oder rechnen die reihen wie du die runde spielst du schon keine hörte für hilfreich bist oder so die haben eine ewig wie sie das hier zum beispiel jetzt habe ich ja gerade die runde geholt rechnen die erst da rein so ist denn schon dass er ja weißt du wie man die wenn ich jetzt auf deinen namen klick kommt da ja sieg niederlage mit rang und eliminierung tod mit rang ja wie rechnen die das heißt sie niederlage kommt immer darauf an wie du gewinnt im rank und wie viel und untere ist wie viele tode du machst oder halt meinst du dass wenn ich jetzt auf deine rang gehe dann bist du bei 0,7 sieg niederlage ja ja genau und das heißt wie also ungefähr die prozent ja ja du hast dich im match gewinn oder ranger rade sascha du kannst du kannst dich auf www.rainbow6.de bei ubisoft anmelden er musste dann einmal der account angeben und dann siehst du wie du deine kills gemacht hast sag mal hast du tausend kills gemacht und wurde es tausend mal getötet ist deine quote 1.0 wie bei mir zum beispiel war ich noch mal mit mir gucken bei mir ein 1 4er quote das ist die standardquote von anfang an rainbow ich habe weiß ich nicht 3000 kills beispielsweise und habe bin gestorben bei 3000 kills habe ich gemacht und bin gestorben 1500 mal verhältnis war aber das ist nur bei dem account weil der andere account der an war mein anfangs account der ist schlechter der hat nur 12 oder so 12 schlechter ich habe nur 705 706 das reicht doch mal so umso länger du dabei bist umso schwerer würdest du dir jetzt sagen mal beispielsweise du machst jetzt neun account und du machst die erste runde mit kills 80 dann hast du da stehen 8,0 dann wirst du aber gemeldet entschieden da ein wird nach der katja nachher mache ich zehn kills und sterben 0 10,10 akadis also wo ich meinen neuen account gemacht habe und neu angefangen habe hatte ich ohne scheiß eine quote von 15,0 aber das geht nach einer zeit weg weil umso mehr spiele du machst stirbst du ja auch mal ne logisch nein ich hatte am ende irgendwann hatte ich mal eine 3,8 was immer noch gut ist dann eine 2,8 und jetzt siehst du ja ich spiel ja den den kupfer player den spiel ich ja mit jedem spieler also ich spiel alleine ich spiel mit euch ich spiel mit jenen außer platz also außer die hohen dinge aber ich muss auch sagen ich habe kupfer player schon gespielt da habe ich gedacht das macht keinen spaß mehr da war ich echt mit vier bronze spielern und habe jede runde ein ace gemacht und jetzt frag nicht wie mit messer ich stand in den raum vier mann stand um mich herum die haben mich nicht gesehen ja aber das macht ihr man kann ja das problem ist wenn du hast länger was fällt in so einen trott rein dass du du wirst schlechter du passt nicht mehr genau auf du elms nicht mehr richtig und das ist das problem wenn ich dann hier zum beispiel mit leo und so spiele ab ab noch mal wenn du dann platin spieler christ die hau nicht so weg jetzt kommt noch jemand noch nicht zu hause also fertig und drinnen schlats fett wiederbumsen jungen so viel spaß wie heute hat mir aber entweder ist das wirklich jetzt was ich habe glück dass ich mit euch so viel gewinne oder keine ahnung sonst wenn ich nachher anderen jungen spiele alter ist das immer so ein abfangen wir wir kämpfen bis zum gehen mehr und der leo ist ja auch nicht schlecht da kriegen wir immer gegner nicht abfangen bis zum geht nicht mehr jetzt wirst du nachher irgendwie gold 1 oder platin platz mehr ein gerankt und mit dem war ich auch der platte also mit dem mit dem kopf also mit meinen scheiß account der jetzt gerade online ist war ich immer platin komischerweise also mit kopfverblemer warst du immer platin immer ich hätte jetzt noch einen sieg gebaut letztes season am weg platin 2 gewesen lasst mal locker ebi raushauen freundlichen gesicht aber ihr müsst mal spielen mit busch und terror ach mit busch und leo naja ich sag es mal so dass die zwei sind nicht so mein fall müsst ihr mal machen ist lustig in letzter zeit kiffen die sich angehen bis zum geht dem jahr ne also leo wenn du mich hörst ich weiß dass also ich bin ja ehrlich man macht schon mal selbst nicht kreffen nicht kreffen nicht kreffen dir fällt es aber auch immer kurz davor ein wenn du das im bett macht dann zahlst du alimente ob du willst oder nicht ihr müsst uns selber mal aber das geht ja wie mir ich spiele immer echo gerne ja ja dann war es drei runden angreifen ganz in der kiste auch nicht eine sekunde vorher rausziehen und dann rummeckern dass alimente fällig das sache also geht das nicht das rechtzeitig melden und vorher nimmt irgendjemand mit bitte ja wer ist das den habe ich nicht aber sascha du musst das auch wissen wenn du mit uns gespielt hast ne ja war anders oder ja sascha du kannst englisch ich kann auch kein englisch aber du kannst englisch sascha kann nur hedero englisch kann nur so ein paar sachen sascha kann gut englisch letztens hat er zu einem gesagt gimme diffuser please oder ich werde zicke ich was muss das sein bw die zicke die ich lust ab die lehne mir jetzt hoffst ok schau mal die drohne zittert hier voll von kupfer terror redet nicht mehr ich wollte nur wissen dass du lebst sind kaputt geht's los action schießt mal ins lagerfeuer vielleicht brennt dann der wald tatscha kommen lees wie ist die jetzt alter fach ein habe ich aber andere der war ist der ist alles zu hier hinten ja ich habe um die käme gehen nach unten gehen nach unten ich habe eine käme um was der fach hat genau hinter der bombe um ist einer terror terror oben hinter dir ja 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 fach nein nein lass lass ihn er muss hören Nein! Garage hinten! In der Garage Nice try, nice Ah, schade Nice try, nice, nice Bosen-Schinken, was ist das denn da? Oh, dieses neue Ding da, das stört mich, Alter. Ich bin da runtergerannt und da hat mich voll verlangsamt War bei mir vorhin auch bei den Yellow Stairs, so bei Konsulat Hast du mich denn gehört, dass ich gesagt hab, war ist einer? Ja, und dann hab ich dich Bosenwurst Mit 5 Da musste ich erstmal die Einstellung gehen, oh hier, Tab, Alter, wo ist er, da? Geil Ja Ja Problem war, ich hatte dich ja hier, über das normale Headset hatte ich dich ja noch, ne? Ja Und dann auch noch im Spiel, also... Ja, weil ich hab, das war ein hundertprozentiger Call, deswegen hab ich dir den gesagt Ja Und Teuro hat's trotzdem verkackt Ja, man Hm? Juli Ein verkacktes Ding, machs mal Dings Ging Komm ich denn mit der scheiß Drohne die Leiter hoch Bitte schön Er musst hier ähm Alt und F4 drücken Ja Also dann ist er auf jeden Fall oben, oder? Ja Dann bist du ganz, ganz oben 주erecht Aber erstmal fürs Feierabend das nicht schief geht jungs habt ihr einen plan wie wir angreifen über die planlos nein sind kitschen also ich bin auf jeden fall immer planlos ich laufe auch erstmal los jetzt immer mal gucken muss raus schießen und dann hau ich gleich wieder ab weil ich denke ich werde nicht gleich abgeknallt ich glaube ich habe einen gesehen gerade hier oben kopf war ganz oben ist mit Lucy also die neue terror war mittendrin ich habe ein problem tony zeig dein köpfchen ja da jetzt mal eins ist dein flascher das lenkt immer ab wenn einer irgendwie so schreck macht da hat sie auf jeden Fall ein der hat hier rausgeballert die ganze zeit wie so ein blödel nur auf der ecke da fuck nein ey einer ist raus bei uns wir sind nur noch zu viert ja der ist low der hat noch 1hp ja der ist nur noch zu viert raus du schweine knall dich ab alter ist oben äh bibliothek joni mhm guck nach oben patch er ist in der bibliothek du brauchst das ohr dass du hörst wo der ist wenn der droppt ich hörte ihn dann vielleicht nicht ach was zoni du sagst sachen ja dank der scheiß den du hast von dir gesessen der sagt immer ruhe aber er kann das selber nicht ja du kannst ja auch nicht also ah jetzt mach ich bei dir auch krach ja machst du immer ja nicht da ist da oben da ist von hinten da du bist nie ruhig du lügst und betrügst und vögelst alles was zwei titten und drei löcher hat oh mein gott guck mal Moni oh warum ist denn der eine rausgegangen bei uns du lügst jetzt aber früh ich hab's schon dreimal gesagt oh das hasch ich immer ne wenn einer rausgeht ne der kann ja rausgehen aber in letzter runde weiß er das ist erstmal eine schöne sperre ja der macht vielleicht was aufs internet damit er wieder kommt oder Mama hat Strom ausgemacht genau du musst jetzt ohne Abendbrot ins Bett so ein armes Scheiß das ist so ne das kann passieren was denn Rüdiger ich hab dir jetzt zum zwanzigsten Ball gesagt mach den PC aus sooo jetzt bist du offline so ein Typ offline da gibt's eine Million Videos bei Youtube wo die Kinder total rausstehen ja wo die rüber Leiter hoch oder was meint's er zusammen Puls haben sie, der Puls wird unten spielen ne der Puls steht bis jetzt mal nach oben irgendwo ist ne Cam raus ab sie ab sie ab sie ist älter wie ab sie ist älter wie ah scheiß tot sind alle 3 live Tja aber was wenn du da reinschießen könntest wenn du alle wegschießen gleich gleich ok hier oben ist einer ja 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 ich jose ja né aber wir haben keinen jäger also hier muss mir das fenster hin und hier muss auf ich mach drauf haben kalt machst du strom dran sofort sascha hast mich gehört machst du strom dran sofort an der tor am tor sofort oben oder nicht herr hast du das ding vorher dran gemacht das ist oben dran da muss man das hin machen dann geht alle in sicherheit da ich wieder hinten aufpassen hinter dir da den gang du musst früh genug sagen wenn auf kicke ja mach ich bin die mg voller wir wollen alle jetzt miteinander reden hier hier hinten ist was sascha links erst links erst da ist strom da ist strom dran hier will einer kommen ja da ist strom dran weg studie ablenken dann kannst du schön abfeuern und tschüss ich wurde gesehen die drohne hat mich ich bin tot sascha ich kann auch nichts machen nein dummes schwein über rechts klingt gar nichts ist der erste seiner allein live ping live ping die alterin ach da ist gar nicht zu hattest du nicht zugemacht rechts neben mir äh nee da nicht du kannst da rausfeuern du hast doch da angefangen zuzumachen du kannst da rausschießen ich seh dich nur so zu machen und denk so oh cool da ist zu das sommer unten gehen aber sascha du meinst du guckst durchs fenster schießt links auf die äger und rechts raus auf die äger weiß die ich nehm die äger mit wir brauchen aber einen mit strom ich glaub die eine was ist beschäftigt sony kannst du strom nehmen warte mal ich muss erst mal einen schaden ja der sascha hat der sascha hat ich geh jetzt rum weil die kommen von schild mehr das war nicht so gut egal bitte um mach du strom dran und bleib du unten ich pass oben auf wenn ich komm ho ich mach hier meine scheiß fenster jetzt werden wir gebumst aber richtig hoffentlich von vorn weil anders schaffen wir das nicht mit viel glück von vorn geht unten strom hin ist unten zu äh nein kein strom du musst die stromrechnung bezahlen du hast die stromrechnung nicht bezahlt sascha hier ist die mitte ungefähr die stromrechnung bezahlen ich pass hinten auf ich suche gerade noch neue spots aus wer passt da hinten im gang auf der könnte schuldig eigentlich mit meinem lmg stellen ich pass auf hier oben auf hm das ist ein smg jetzt aber dann ruhig bitte heller ist leicht äh bist du müde oder was schwein ist noch hinter da vorne schwein ist noch hinter da schwein ist noch ablenkend ruhig 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 linke Seite an der Tür ruhig hier nicht noch ein Stairskompass ich mach die jetzt hin ich mach die jetzt hin garage noch kein kontakt aber ich hörst du doch garage geht auf ja bei dir aber nicht bei uns da ist mir auch eine garage hin hat die ja schon auf das ding garage ist offen ja aber ich seh hier nichts hab einen einer ist oben falle falle das tail piept immer wenn da einer läuft der Hedge der Koffer ist drin einer ist oben wo liegt der ungefähr der ist hier der ist hier der ist oben ich glaube ja der Koffer liegt hier genau sind zwei schlechte Spieler ich denke ist auch auf die kommt hinten ich markiere sie nicht äh Sascha die kommt hinten Gang wo du gerade decken solltest Blue ja Kraft machen wir das die abkommt nein ah Dosenfisch ist spielt auf Zeit Terror geh rum geh hinten die Sears runter und geh runter den Gang ein bisschen schneller der Main Lobby Stairs der ist oben Main Lobby ja die ist richtig da unten ist einer unter dir ist einer da ist Ash da war Ash auf jeden Fall reiß auf reiß auf reiß auf und geh weg geht nicht pieken nicht pieken Koffer liegt hier alles klar er ist da nicht pieken nicht pieken ja ja das er hat ihn gekriegt sehr schön mit vier Mann ist halt gut das ganze Tor auf gehabt beide Seiten und guck mal es ist ja FBI Hosi unser Charlie das war seine Traumfrau die will immer von der Bettkante äh habt ihr im Vorschlag wo wir gehen alles was zwei Titten und drei Löcher hat mhm boah ich geh fast für oben nach oben nach oben ja da ist schön aber ich bin mir unsicher boah ich weiß nicht was ich spielen soll alter na komm Jäger ja das ist blöd wenn man einen weniger ist ey wirst du nicht lieber Legion spielen ne ne ich bleib safe du kannst äh rumlaufen ich bin da nie gewillt ich bin da nie gewillt aber spiel bis zum Ende also versteck dich schon naja so wie mit KF-Division Parole sie taktik save your ass sie taktik get äh moment mal ja bruh nice x2 mach dir holt er zurecht er nicht du denkst sie seh dich nicht ah soll ich auf spawn kill komm ich geh auf spawn kill ich hol einen raus und dann komm ich wieder hier ist ne Drohne ich geh weg wir gehen überall ich verschwinde in der 14 wind kurz leise am start bitte aber mich hat einer noch ich drohne schon geht aus der drohne raus ich drohne kommen alle am balkon du die sehen ja ich habe da gar nicht so da sind geschmissen in die da kommen achtung schon hier ich hatte den koffer der hatte den koffer ja der hatte den koffer durch die wand kannst du schießen jetzt ruhig bitte geh auf die treppe da kannst du durch die wand schieben die hat sich den glaube ich geholt nein stairs und glänzen nein am fendt live ping ein live ping sascha stairs da kommen ist nicht schlimm wir sind nur zu viert weiß oben auf stairs geradeaus wenn du stairs hochkommst geradeaus auf auf das wird gewertet das war zu spät scheiße den koffer nicht geklärt so ein killer dabei hinten der zweite von linken hat den ersten weltkrieg überlebt und lebt heute da kann man nichts machen wenn sascha ein erster ist da stimmt was nicht aber ich bin für heute raus jungs bin wieder selber drei ja das war jetzt scheiße wir waren ich denke mal wenn wir zu 50 gewesen wären hätten wir es geschafft ja ich geh auch ins bett bett nachti alles klar nacht nacht tschau tschau Also einen machen wir auf jeden Fall noch. Achso, okay. Zuni hat entschieden. Ich habe ja die Krone auf da. Machen wir nicht noch 4, 5, 6 oder so? Du vielleicht. Du nicht? Nicht, nee. Das schaffe ich nicht. Du musst morgen gearbeiten. Ja. Morgen, ich bin wieder eBay-Psychopath. Ach du und dein eBay, Mann. Du hast keine Vorstellung. Das kann ich dir nur sagen. Du bist ja echt schlimm. Nein, ich bin nicht schlimm. Ich muss den Keller leer kriegen, Mann. Warum? In 5 Jahren ist hier vielleicht Abreise, Mann. Warum muss der Keller leer? Seit 2009 liegt das Zeug im Keller, was ich schon ewig nicht mehr angelangt habe. Ich will jetzt einfach hier klar Schiff machen, nach und nach. Warum soll dein Haus abgerissen werden? Da, wo du wohnst. Warum sollte das abgerissen werden? Nee. Das hast du doch gerade eben gesagt. Ob man den fetten Bord hier rauskommt. Oder das Blödschen ist auch gut. Du hast doch nicht gesagt, dass das Haus abgerissen wird. Doch, doch. Du hast gesagt, in 5 Jahren wird das Haus hier wahrscheinlich abgerissen. Hä? Hä? Nicht? Kev! Bann! Was hast du denn gesoffen, Sascha? Was? Zum Glück habe ich den Videobeweis. Was? Dass ich was ganz anderes gesagt habe. Weißt du nicht? Hab ich. Weißt du nicht? Och. Das ist gelogen. Ich muss hier ein Glas Schiff machen. Nein, Maren. Ich will noch nicht gehen. Das ist gar nicht gesagt. Lass uns noch ein bisschen zuhause. Du lügst und betrügst und vögelst alles, was zwei Titten und drei Löcher hat. Das ist ja auch noch. Ja. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Schon. Schon, Alter. Heißt doch noch nie so spät. Wir müssen raus aus dem Wald. Äh. Ja. Du hast den Koffer verloren. Komm. Den Koffer verloren. Kimschu, Alter. Durchdrücken, den Koffer nehmen und dann zurück auf Operator und dann auswählen. Gib mal hier Koffer. Das ist zu früh. Ich muss denen das schon drei Sekunden danach sagen, nicht davor. Wenn du neun bist, gib mir den Koffer und wir kriegst das Bier. Damit kannst du jetzt so nicht, glaube ich, nicht locken. Ich hoffe, dass du nicht. So nicht. Andere hat's. Bei mir ist ein Kasten Bier wertlos. Aber wirklich wertlos. Okay, dann kriegst du ne Schachtel voll Kaffee. Ah, genau. So ein Auto mit Kaffee wär schon gut. So ein Auto voll Kaffee. Aber fertig, Sascha. Es darf auch aus dem Angebot sein. So ein Kinderspielzeug-Bagger, genau. In der LKD-Spielzeug. Also das kleinste Auto nehmen. Deal ist Deal. Ja. Matchbox. Nein, so ein 50-50. Da passt ein Kaffee-Löffel rein. Sag mal, sind das immer mehr Büchsen in dem Spiel hier, sag mal. Aber arbeiten hier an der Frauenquote oder sowas. Bakery-Cam in CCTV ist weg. Da. Ah, der ist Bandit. Bandit ist der's. Balance. The last is. Come, come, come. Come, come, come. Oh, two over the office. Nice. 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 Da ist Sascha. Junge, ich habe ihn gewonntappt. Ich habe ihn gewonntappt, was heißt das? Dann habe ich dir das letzte Mal schon erklärt. Nee, hast du nicht. Och, haben du. Der Einer kommt von hinten, ne? Liegt in der Koffer. Die CCTV, wir sind zurück. WTF? Nein, warum hab ich das denn? Go, 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 go! Ich hab doch den Stachel. Leise. Oh, so nicht tot. So nicht laut. Ja, aber wie soll ich denn da reinrennen, wenn der auf mich schießt im nächsten Moment? Und das Bremsding ist auch noch da. Ich kann mich nicht ran. Oh Mann. Alle da liegen. Los, krieg los. Ah, ja, 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 ja. Okay. Um überhaupt zu weit weg. Hey, wir waren halt im anderen Raum. So. Ich hab's ausprobiert, aber irgendwie hat's nicht ganz so hingehauen. Ich konnte den Kalle nicht bis hin verschieben. Ich hatte den Z-Shot vor mir, der wo da geblendet hat. Ich wollte ihn decken, aber dann kam der Legion so schnell ums Eck und hab mir nen Headshot verpasst. Ihn decken? Da konnte ich gar nichts mehr machen. Ja, 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 genau. Jetzt gibst du's freiwillig zu. Du lügst und betrügst und vögelst alles, was zwei Titten und drei Löcher hat. Ah, guck. Du hörst der Herr Setscher aber nicht dazu. Aber die Esch. Nee, die Esch war's. Esch? Aha. Naja, die Esch. Jetzt hast du schnell Doktor Sommer 7 gelesen. Hab ich's doch gewusst. Ha ha. Meine Buch. Naaain. Schweine. Naaaiiiiine. Schweine hat mein Krone kaputtgemacht. Warum alles kaputt hier? Sascha ohne C, nicht schlecht. Hat der neue Namen geschrieben. Die neue Schreibweise ist eingeführt. Schuss reingemacht, dass er da ein bisschen abgelenkt ist. Ja, und ein Loch im Links. Kaputt. Hängt es bei euch auf? Nee. Boah, das hat krass gehangen. Da ist ein Loch in der Wand. Rolk bitte, Rolk bitte. Hier ist eine Kassel. Keine Kontaktposition. Na, wo ist das Schwein da? Ja, schön. Scheiße. Aha, der ist hier nebenan. Das war gerade ich, wo da reingeschossen war. Mach mal gerade irgendwo. Ja, danke. Da war einer. Position. Keine Sicht. Renn ich oben drauf. Wo oben drauf? Oben. Oben. Toni, die saß hier oben drauf. Nein, wo jetzt? Ich hab hier. 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 Hier können wir doch blenden. Das ist ja warum haust du ab? Hier könnten wir doch blenden. Es könnte sein, dass ihr die WIA aufhebt. Wenn ich noch laufen könnte. Hau hin. Ich lenke ab. Oh oh. SONI! Ich mach doch schon. Ach du sickle. Hör die Situation an. Es sind zwei Seiten. Einer bei der Eingangstür. Siehst du die Waffe da vorne? Ich hab hier eine Zange genommen. Nitro hätten sie uns auch noch auf den Wands gehauen. Eieieieiei. Ich weiß doch warum man die Meckerziegen immer anflockt. Määäh. 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 Jetzt bleibst du hier. Du Teil. Ich krieg gerade ein Befehl vom Oberbefehlzauber. Toni. Toni komm spiel du mal wieder Kapital oder du. Musolini. Bitte. Nein ich bin Ding hier. Wir haben ein Headset extra dran gemacht. Links. Ich hab schon den Plant gehabt aber du bist abgehauen. Warum bist du abgehauen du Schweinepriester? Du kannst ja nicht einfach abhauen hier. Jetzt sind sie entweder Toilette oder irgendwo. Nein. Okay die sind Toilette. Nein. Walsch. Ah ne sind sie unten und da denkt da auch Toilette. Nein. Das ist nicht. Ventilation. Ja. Guck jetzt bitte. Aber Toilette ist daneben habe ich gemeint. Terror Toilette rein. Nein. Oh mein. Johnny hängt vollgas. Johnny hängt fest. Der 6 Punch läuft auf der Schnelle. Jetzt gehts weiter. Jetzt ist sie aus. Moonwalk richtig geil. Läuft schnell aber. Bewegt sich gar nicht. Ich hab eigentlich gesehen bis jetzt. Ich hab das sauber. Ja. Das ist sauber. Ja. Das ist sauber. Ich hab ganz breit. Wer kommt hier? Hast du ihn gesehen Sascha. Ich hab das Fenster aufs linker. Ich hab das Fenster. Das war knapp. Von oben Zoni, hast du gehört? Ich hab gehört Terror, hier wär offen Hab ihn Haha, geil Der hat's rückwärts runtergeschmissen Terror, hier kannst du mit Asch aufmachen Aber die hintere Wand Da nicht Fuck, Alter, das ist die Sterben oben, wie die fliegen Die hintere Wand, ja Hey, von wo? Junge, wie kann die scheiß Frosch immer irgendwo oben drauf hoffen, wo eigentlich gar nicht geht? Ah In der Zollabfertigung Oh, so feinlich Ich bin leer, fuck Hättest du nur Zollabfertigung gesagt, hätte es vielleicht noch geklappt Aber Er kommt Er kommt Unten? Ja Fuck Da war wohl noch einer Warum hängen die Füße raus, wenn ich doch da hinter dem Teil mich verstecken will? Ich würde bedanken, wenn er da mich verarschen will Danke Danke Bitte Schanga, jetzt dreht er richtig durch Erst zwölf einmal Du Killst Du mongomene Fresse Junge, solche Leute regen mich auf Was? Null Kill ist aber ne große Fresse Nein Das ist doch so Dann müssen wir wegmachen Dann müssen wir wegmachen Dann müssen wir selber hinblasen und fertig Schaffte das ja nicht Jetzt müssen wir mal was machen hier Wo sehen wir hier? Toilette? Hi Toilette Hi Toilette In Waschhaus Wir hätten vielleicht eher Toilette nehmen müssen Warum? Ob hier eine Fraktion kommt Das ist doch Ich geh runter Hör ein Zug, du soll nicht mehr kommen Ich bin ein guter Spieler, hat er gesagt Also dann mach ich doch mal Guter Spieler 1 Fuck, die sind schon drinnen, Mittag. In der Mittag. Junge, BTF. Ey, warum ist der nicht umgefallen? Das habe ich mich bei mir auch gerade gefragt. Da ist Treppe runtergerannt. Ja, runtergerannt gerade. Na, da ist die ganze Wand auch bei BTC. Ja genau, da sind sie schon. Der geht ja gerade nicht laut. Das ist alles. Genau. Sehr schön. Genau. Alles gut. Kommt. Blended. Lass gleich nochmal dran, knallen. Nein. Schade. Nein, schade. Das Spray um die Ecke gleich machen. Das war wohl nichts. Ja, nicht. Die alte Seite, oder? Aber guck, der hat sich bewacht. Oh, Tom Breider war dabei. Ist das klar, dass wir keine Chance haben? Tom Breider war aber tot. Das freundliche Gesicht hier war dabei. Sieht aber ganz anders aus hier irgendwie. Getaugt und nicht der Sieg. Guck. Also eine Runde mache ich noch mit. Danach bin ich weg. Warum? Keinen Bock mehr abzuverpacken. Wie? Das läuft echt mehr. Kannst doch nicht die Siege feiern und die Niederlagen beiseite wischen. So nicht. Nein, das meine ich auch nicht. Aber es läuft halt. Ich habe auch verloren. Ich habe nicht nur gewonnen heute, ne? Es läuft halt gerade einfach. Du Play sagt nein. Sascha sagt ja. Nein. Du Play sagt nein. Ich habe die Feierabend. Gott, so nicht, Alter. Ich nicht. Du lügst und betrügst und vögelst alles, was zwei Titten und drei Löcher hat. Und es stimmt das auch. Und es stimmt das auch. Joach, das stimmt. Ja, lass mal die beiden Neunkel bannen, ne? Ja, lass mal die beiden Neunkel bannen, ne? Warum nicht? Oh, ja, ok. Der im Angriff, ok. Aber der im Verteidigen, der ist voll Schwachsinn. Doch, der ist echt nervig, der Verteidiger. Ich finde den Angriff nerviger, weil du das Ding einfach nicht zerstören kannst. Er macht auf und du kannst dich dagegen machen. Nur nicht mehr mit Strom. BTF, sie waren einfach Asch. Auf Freizeitpark. Bitte nicht käft, bitte nicht käft, bitte nicht käft. Ja, sauber. Zeitjob. Nee, nicht Zeitjob. Oh, was machen wir jetzt am besten? Puls, ich glaube hier spielen die nicht viel Puls. Ja. Lass gleich mal runter, Drogenlabor, bitte. Nee. Doch. Drogenlabor, gewinnen wir safe. Der Hodenkobalt wieder für ein Problem. Ey. Lass Labor. Bitte. Sony und Terror, bitte. Warum? Warte. Na? Warum? Ich will den reinziehen, weißt du? Ach. In Drogenlabor. Bahnhof. Nee, weil ich dann mit Mira das Fenster... Man fragt mir, ob ADHS hat. Vielleicht kann er sich selber diagnostizieren. Ihr Durst. Ein Kobalt ist echt behindert, oder? Was für ein dicker Penis. Blutpenis. WTF. Das heißt doch Blutpenis. Guckt euch das an, Alter. Kann man jetzt auch da zu machen? Wo? Why, guys? Why? Fuck. Sorry, dude. Hier fehlt ne Wand. Der arme Saja. Ist gut. Oh, jetzt macht er den Ex-Zell dazu. So. So sagen, wenn du da das Fenster dahin machen willst. Probier mal. Alter. Erste Weg, super. Der hat schon einen gemacht, guck. Okay, wir machen so. Heimspiel, wir haben's gleich. Ran bei dem, Johnny. Könnt da irgendjemanden zumachen? Wo zumachen? Hier, die große Tür. Schießen hier oben auf. Da sind sie. Schießen die Dänke auf. Das bin ich, Sony. Ich hab hier grad über mir, über mehrere Fenster aufgeschossen. So. Ich hab gemeint, Dänke wird aufgeballert. Ne, ich hab das gemacht zum, äh, Z4-Rücker. Ah. B5. B5. Die wollen die Leute rauslocken hier bei den Fenstern. Oh nein. Tony, kannst du da mal schnell zumachen? Natürlich. Please, glaubst du doch? Er hat Jello-Ping. Er hat Jello-Ping. Okay. Kann ich alle rumscheuchen? Johnny ist da oben. Guck mal. Kannst du auch nicht nur so? Steiner bei Tino-Johnny. Keine Ahnung. Oh, scheiße. Oh. Leid, safe. Bitte. Sony kommt zurück jetzt. Nein. Ähm, mehr. Jo. Mehr, halt diese Winde. Stetscher, halt dann. Leid, safe. Tee. Tee. Masha, pink, du hält der denn? Nice. Oben sind, glaub ich, ein oder zwei Stück. Termite ist down. Er war hier. Oben war auf jeden Fall ein Set. 20 Sekunden noch, geil. Wenn es runterkommt, kriegt er ein schönes Nitro. Ich glaube, Fenster. Fenster. Wo denn? Beim Sascha. Hat er das nicht gehört, oder was? F***. Das ist aber nicht geschafft. Zwei. Na, schöne Scheiße. Ja, ja. Ice Cream, der macht hier Werbung. Easy G-Hops genommen. Ah ja. Haben wir Glück gehabt auch, gell? Please give me cash. Okay, please. Please. Sorry, next round. Was? Round, sorry, next round. Oh, my God. Warum? Nee, du machst kein Kill-Doh-Opfer. So nicht. Nicht richtig rangehen an den Speck. Das war nie, das war was anderes. Du lügst und betrügst und vögelst alles, was zwei Titten und drei Löcher hat. Hast du ja gesagt, du bist die Krallen an den Speck. Oh, okay, da, don't reinforce it. Okay, da, please. No, reinforce it. Don't do it. Don't do it. Sasha, du bist tot, man, wenn du da schaiße baust. I said, don't do it. No. Do you want to come next round? Okay. Du tust dir echt so überrascht. Alle Wände sind noch offen. You can destroy it. Das war nicht mit Absicht. Du hast ihn aber schön verarscht. War lustig. Glücklich, ich habe in der Luft noch zuhören. Du hast ja verarscht ihn voll. So, hier, Wände auf, alles auf. Lustig war's. All walls are open. Willst du hier in der Fettel? Die Wand hoch lässt er los. Die Wand hoch lässt er los. Völlig geil. Gut. Ich hätte echt gedacht, dass der dich umlegt. Ja. Ich bin so verarscht. Liga, er reißt hier auf und haut ab, gell? Eieieieiei. Dann kommt die Kali, der schießt mich ab. Ja. Vorsicht, Kali. Schild ist kaputt. Hier hast du noch eine Pumpe, Zuni, ne? Ne, Kali war das. Du hast doch eine Pumpe. Nein, habe ich nicht. Kaputt gekriegt. Hier war doch jemand. Nein, scheiße. Ich krieg's auch nicht wieder. Ne. Irgendwo schießt das was hier. Ich hab eine Kamera oben hingeschmissen. Vielleicht siehst du den. Guck mal, ich hab eine Kamera rausgeschmissen. Vielleicht siehst du den, Zuni. Hier ist der Capitano. Er ist nicht mehr da. Also passt auf, hier drin wirst du dauerhaft entdeckt. Ich weiß aber null von wo. Wahrscheinlich hier am Tisch, ne? Ich hab sie, hab sie, hab sie. Ah, Sniper. Sniper schießt hier rein. Schau. Oh, ist das übel hier. Hier schießt vollgas rein. Vielleicht, ich mach mal zu hier, ne? Dass der mir nicht den Arsch lenkt schiebt. Capitano. Dani, Ben, Dani, Ben, du Arschgesicht. Schappert. Satz mit X. Ihr Arschlöcher. Zu mir, da. Zur Wand haben sie es verwechst, da die eine, die nicht verstärkt war, der Sascha ist abgehauen, das faule Hund. Hier und dann hat der Capitano die ganze Zeit reingehnt, wie so ein Psychopath. Yo. Damit der überhaupt noch Munition hatte. Dauert, bis die 300 Dinger da durch sind. Ja, aber Junge, den hast du ja dauerhaft. Do you want Caveira? Do you want Caveira? Nein. Warum? Sascha ist halt eigen. Sag ihm halten, er soll sein Maul halten. Sein Schnauz? Ja, ja. Kriegst du aus dem Maul. Arschkarte! Arschkarte! Was? Willst du jetzt Caveira? Er fragt noch ganz lieb und er sagt, als Schütze. Please, please, please give me Caveira. Please, come on. Noch wer verarscht. Sollte, wie sollt der die Adi jetzt geben? Das geht er nicht. Er kann sich das jetzt gar nicht mehr geben. Ist doch vorbei. Ich bin die erste Mädchen. Oh ja, aber... Oho, Sekiro. Oh, hey. La la la. First and last. Hehehehe. You like it a lot? Hehehehe. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Is it good? Mach dir da. Yes. Hehehehe. Asha, du machst doch nicht etwa... Du lügst und betrügst und... Hey man, can you lie? Was ist das da da? Hab ich doch geahnt. Schweinerei hier. Oh, Kali. Da schön rum. Das ist Cafeteria. Es ist Cafeteria. Es ist, wenn man schaut, wie gut so langsam ist. Ffff. Ha, 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 ha. Hh, ha, ha, ha. Cafeteria, Sascha. Ha, 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 ha. Ffff, ha, 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 ha. Hey honk, Sascha. Lie on her back. Hey, lie on her, on her... Saat ne neue Freundin. Hey, klufter, Sascha! Klufter, Sascha! Sascha-Pozenroft. Was ist denn eine Frau, wenn nicht eine? Eine lebniserhaltende Maßnahme für eine Fotze. Das war die Pointe. Junge Zoni. Sascha Kitti. Du hast doch gesehen, wie jetzt der Trottel da rumrennt. Klar, was da wieder abläuft. Achtung, safe. Jekyll und Käff. Junge, überleg mal, du stürmst da so rein und ziehst oder? Da ist noch ein Nitro-Handy. So ein Knall gibt, wenn sie reinkommen. Ich bin aber dann auch langsam müde von dem Schreck hier. Ja, wahr, wahr, wahr. Sind auch unten. Versehen. Sind unten. Geh, ich bin nicht weg. Uhhh. Schlampe ist dabei. Ja, ja. Aber, ich bin da einfach. Kaputt! An Automaten kannst du so zwischen dem Bildschirm und dem oberen Rahmen reinspringen. Nicht mehr allen. Willst du vorne rein rennen wieder und abgeschossen werden? Was wär ich? Zwei Sieger. Ist hinter uns, dann ist Schlafzeit. Boah, wickel uns aber den Fässer. Hier sind drei Leute. Are you sure? Oder are you behindert im Kopf? Ich bin schon drin, ey. Badezimmer. Die Schild-Tussi ist hier. Das Kapkan, äh ne, Tatschanka. Mit 1 HP. Oder 5. Wo? Tatschanka im Scheißhaus. Aha. Oh, f**k. Fast ein Ecken umgelegt. Wer ist daun? Jawohl, der letzte ist... Ist die... Lass mich doch durch hier. Mach er mal seinen Ecken. Ja, ja. So, nicht dass die hier noch irgendeinen Scheiß damit machen. Nice. Jungen, guckt euch das an. Guckt euch das an. Wir messern beide. Alle rein. Irgendeiner wird's schon treffen. Jungen, wir waren beide einfach dauerhaft nur am Messer. Ich hätte jetzt schon die Nomad-Fallen hingehauen da, dass die alte immer rumfliegt. Die ist zweimal rumgeflogen. Einmal mit mir sogar. Echt cool. Ne, das war nicht so nice. Nicht? Warum? Das ist da ein Nachteil. Ja ne, ich bin mit ihr weggeflogen. Also waren wir beide gleich. Ja, Buxtehude. Echt? Wo ist das? Da wo der Pfeffer wächst. Da wo die Tante Gertrud wohnt. Oder Tante Trude aus Buxtehude hieß der Film, glaub ich. Auf jeden Fall wächst auch Pfeffer. Mit Rudi Garell. Pfeffer wächst da, Mann. Pfeffer. Wieso wurde es irgendwo im Norden auf jeden Fall? Pfeffer. Erstmal so einen lustigen Film. Mit Ilja Richter und Rudi Garell. Tante Trude aus Buxtehude. Eier. Pfeffer. Er weiß nicht, dass das ein Ort ist. Gleicher Spot. Spot, Spot. Sascha wohnt ja in Buxtehude. Ja schon. Ja nicht. Ey, wo sind die denn? Weg, ja, abgehauen. Boah, was ist die denn? Boah, was ist die denn? Guck mal, was die Ira gemacht hat. Guck mal, hier. Was ist das? Ja hier, guck mal, mit der Drohne. Junge, das machen wir. Guck mal, geh da rein. Hier hat er extra ein Fenster für uns hier eingebaut. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Keine Ahnung. Der weiß nicht, wie das richtig ist. Der Autor aber bitte herrscht uns Drohnen. Oder das ist ein Produktionsfehler. Wollen wir mal rein rushen. Da ist einer hintergerannt gerade von den Schweinebriefen. Einer ist hier im Flur gerade lang. Einer ist tot, da ist aber noch einer drinne. Ich glaube sie, drei Stück sind auf jeden Fall drinne. Hier war auch noch eine. Hä, wie? Hä, außen drauf hat er mich geholt. Das ist ne Pfeiler. Go is free. Nein, das ist hier, scheiße. Jo. Das war's schon? Jo. Ja. Fort, Mipra und Tarsanka habe ich gemacht. da geht es einfach um sascha letzter vorletzter wieder 1 hoch als nix unser 2 also statistisch geht es nach oben Boden nimm bitte FA an feier deinen Namen haha Hä? Verarschen hier ADHS Temis braucht Gesichter hat es bestimmt ein Schwitzer Ein Schwitzer der wofür